Fridolin muss viel disziplinierter werden. Wie sehen Sie denn seine Chancen? Ich sehe Fridolin auf jeden Fall nicht als Gymnasiast. Vielleicht liegt es aber auch an Ihrem Unterricht. Du musst das schaffen. Und dazu musst du dich jetzt halt auch mal anstrengen. Habe ich doch gar keine Zeit mehr zum Spielen. Der neue Film von Markus H. Rosenmüller. Hallo, Frido. Ich bin dein Spiegelbild. Dann bin ich. Zu deinen Diensten. Ich bin perfekt. Stell dir vor, du schreibst nur noch super Noten. Ab morgen bis zum 1.A. Schüler. Würdest du mich in die Schule gehen? Freiwillig? Gerne. Das wäre mega. Ohne je zur Schule zu gehen. Noch 10 Minuten. Fertig. Das ist alles richtig. Das müssen wir feiern. Doch kein Plan ist perfekt. Die hockt für dich in der Schule? Und Adel Teck und du bist plötzlich so ein Superstreber. Wo hast du den her? Na, ihr Duschen? Sie sind gefährlich. Sie wollen uns unser Leben wegnehmen. Der einzige Weg perfekt zu sein. Guten Morgen, Frau Clarita. Unsere ganze Klasse ist im Spiegel verschwunden. Bist du selbst zu sein. Einer von uns beiden ist hier überflüssig. Das ist meins zu Hause, nicht seins. Die ganze vierte Klasse ist auf einmal so. Wir müssen unsere Klasse retten. Yes! Unheimlich perfekte Freunde. Leopold? Jetzt nicht das Ding, sorry. Demnächst im Kino.